Hallo, wir erklären Ihnen, wie Sie im Göttinger Universitätskatalog Zeitschriften finden können. Starten Sie Ihre Suche nach der von Ihnen gewünschten Zeitschrift über die Homepage der SUB. Hier finden Sie einen Link zum Göttinger Universitätskatalog. Er enthält die Bestände der SUB Göttingen und auch die der Instituts- und Seminarbibliotheken der Universität Göttingen. Es gibt zwei empfehlenswerte Wege, um Zeitschriftentitel zu recherchieren. Wenn Sie den Titel der Zeitschrift Wort für Wort genau kennen, ist die beste Suchkategorie Titelanfang Serie Zeitschrift. In diesem Fall suchen wir die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Wenn Sie den Titel eingeben, achten Sie unbedingt auf die Reihenfolge der Wörter. Sie müssen nicht den vollständigen Titel eingeben. Sie sollten die Eingabe aber immer mit einem Fragezeichen am Ende abschließen. Ein Tipp, bitte lassen Sie Artikel wie Der, Die, Das zu Beginn des Zeitschriftentitels immer weg. Wenn Sie den Titel nicht genau kennen, ist der zweite Weg besser. Dafür wählen Sie die Suchkategorie Titelstichwörter. Mit deren Hilfe lassen sich Stichwörter und Abkürzungen besser herausfinden. So könnten Sie auch fündig werden. Sie sehen bei den Ergebnissen, dass die gesuchte Zeitschrift in verschiedenen Varianten verfügbar ist. Der erste Treffer zeigt an, dass die Zeitschrift als Online-Ressource verfügbar ist. Dies erkennen Sie am charakteristischen Icon neben dem Titelhinweis. Der zweite und dritte Treffer der Liste zeigen Ihnen die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns.